Ein relativ guter Lkw im relativ guten technischen Zustand, der aber eine Bereifung hat, die jetzt aber durch irgendeine Beschädigung gelitten hat, kann sehr gefährlich sein. Wenn der Reifen platzt, haben wir sehr oft auf der Autobahn, dann kann es zu sehr gefährlichen Situationen kommen. Aber normalerweise sind die Reifen in Ordnung, ich weiß gar nicht. Die Ladung wird immer wieder verloren und man hört es ja auch immer wieder im Radio, es liegt das auf der Autobahn, es liegt das auf der Autobahn. Gerade bei Holz ist es natürlich so, wenn sowas runterfällt, das ist natürlich lebensgefährlich für den nachfolgenden Verkehr. Ich habe im Wald keine Waage. Ich habe im Wald keiner, der mir sagt, wie viele Leute ich drauf habe. Was hast du denn? Neun, acht. Die Kollegen haben den rausgezogen wegen des Verdachts der Überladung. Es sind drei komplette Packen drauf, sage ich mal. Wir wiegen den jetzt hier auf der Radlastwaage. Das heißt, jede Achse wird einzeln gewogen und wird zweimal gewogen, um Fahrwerksverbindungen und ähnliches auszuschließen. Und von diesen zwei Wiegungen wird dann der Mittelwert genommen und das ist der Wert, der dann dem Fahrrad zum Vorwurf gemacht werden kann. Also die fünf Achsen werden zusammengezogen, dann habe ich das Gesamtgewicht. Der darf 40 Tonnen wiegen. Die Gefahr ist einmal natürlich, je mehr Gewicht, desto länger ist der Bremsweg. Das ist einmal die Gefahr und auch die Ladungssicherung ist dann einfach nicht mehr gegeben, wenn er zu hoch lädt. Weil er darf eigentlich nur bis an die Auszüge von den Rungen laden. Der obere Teil von den, also das Silberne, was Sie sehen, die Auszüge, die sind nur zur Ladungssicherung da und eigentlich nicht dafür da, dass ich da oben reinlade, sondern wenn sich was bewegt, dass es noch aufgefangen wird. Also die Kollegen, die ständig auf der Bahn und auf der Bundesstraße unterwegs sind, die haben mittlerweile ein gewisses Gespür dafür. Die sehen das dann schon, ob jemand überladen hat oder nicht. Nee, im Wald kann ich es nicht abschätzen. Ich habe im Wald keine Waage. Ich habe im Wald keiner, der mir sagt, wie viele Leute ich drauf habe. Wir haben mittlerweile festgestellt, dass durch den etwas höheren Kontrolldruck, den wir mittlerweile ausüben, es Lkw-Fahrer gibt, die unseren Bereich umfahren, über die Autobahn fahren und die B7 wieder runterfahren. Sondern die nutzen die Autobahn, um unseren Bereich zu umfahren. Dass sie nicht durch unseren Landkreis durchkommen, um nicht da in den Kontrollen zu geraten. Und das nutzen auch größtenteils gerade wie eben wieder die Holztransporter. Ja gut, man hört es ja auch immer wieder im Radio, es liegt das auf der Autobahn, es liegt das auf der Autobahn. Ladung wird immer wieder verloren. Und gerade bei Holz ist es natürlich so, wenn sowas runterfällt, das ist natürlich lebensgefährlich für den nachfolgenden Verkehr. Sicherlich hat er im Wald keine Waage, das kann er nicht abschätzen, aber die Lkw-Fahrer, die schon eine Weile fahren, die können es schon abschätzen. Die können nicht abschätzen, ob sie 40 oder 42 Tonnen haben, aber die können sehr wohl abschätzen, ob sie 40 oder 50 Tonnen haben. Und der Lkw-Fahrer muss auch sogar in Kauf nehmen, dass er gegebenenfalls unterlädt, wenn er nicht genau weiß, wie viel er drauf hat. Also ab einer Überladung von mehr als 20 Prozent geht es bei dem Fahrer um 380 Euro und drei Punkte. Und wenn er das natürlich ein paar Mal macht, dann geht es auch schnell an die Entzug der Fahrerlaubnis. Lauten Wie vor vor an Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, aber das ist jetzt so, wir sind jetzt einmal drum rum gelaufen, haben gesehen, es sind diverse Sachen schon nicht in Ordnung, aber so ist komplette Ausmaß, dabei sind wir noch nicht so weit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, also sehr zusammengekriegt Na wie so Sachen mit Stahlende, ne? Dann bremsen und dann sieht man nicht, wie das Licht ist auch... Wie gesagt, das ist rein und hoch Und das erklärt man dann mal... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 суische Kinder走eren Vielen Dank.